Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Anke Popi und wir spielen Minecraft Core. Hier, meine beiden Freunde sind das hier. Die haben mich eingesammelt und bin nicht mehr so ganz alleine in meinen Aufnahmen. Ich bin so ein bisschen durch das End gereist, sage ich mal. Ich habe mir ein Taxi gerufen und habe gesagt, ey, bring mich da mal hin. Und dann bin ich halt zu der einen oder anderen Stelle mal gefahren und habe dann gesagt, ja, dich nehme ich mal mit. Also ich habe so ein paar Sachen mal abgefarmt aus dem End und bin da eigentlich gar nicht so unglücklich drüber, dass ich so ein bisschen zumindest schon mal was eingesammelt habe. Gerade auch was so Draconic-Sachen betrifft, habe ich schon so weit vorbereitet. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die passende Energie dafür. Also wenn euch einfällt, was ich noch so für gute und starke Generate, habe ich glaube ich schon mal gefragt, Stromerzeugnisse bauen kann, wäre natürlich schon mal, oder wäre ich sehr dankbar drüber, wenn man das nochmal machen könnte. Warte mal, ich hatte nochmal Solar gehabt. Die, was produzieren die? 80. Die bauen auch nur 80. Warum machen die alle so wenig? 38. Die machen wirklich nicht viel. So, jetzt habe ich natürlich hier unten schon schön die Biogeneratoren gebaut. Ist natürlich da der Knackpunkt, dass die halt nur 300 und machen. Also je nachdem, was ich hier reinsetze. Ich hatte auch schon mal dick und fett alles Minus gehabt, da war hier ratzfatz alles leer. Also zur Zeit füllt das wieder ein bisschen auf. Und das geht auch, das schwankt halt auch immer. Das bleibt nicht stabil. Jetzt haben wir es 400 und dann geht es gleich wieder runter auf 100. Liegt tatsächlich an meinem Spawner. Deswegen habe ich den ja noch nicht fertig gebaut. Ich wollte nämlich noch einen Blaze-Spawner bauen, sodass man auch ein paar Blaze-Rots bekommt und sowas alles. Eigentlich hatte ich für diese Folge geplant, die Mob-Farm umzubauen tatsächlich. Ausbauen, umbauen. Das Problem ist halt nur, ich musste tatsächlich hier in diesem Spawner meinen Capacitor wegnehmen und habe da halt jetzt einen Basic-Capacitor reingesetzt, weil der halt maximal 3200 RF verwendet. Und das Problem ist, dass meine Anlage gerade mal 3,6 macht, sozusagen. Und das... Alter, was ist denn hier los? Oh, lol! 1, 2, 3... Alter, fast 3 Steaks Wither-Skelettenkörper. Weißt du, was wir machen? Ich mache das jetzt einfach. Weißt du was? Ich mache das einfach mal. Und zwar... Warte mal, wie viel XP haben wir denn gesammelt zwischendrin? 98 XP. Lull. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, das heißt, pass mal auf. Ich möchte jetzt, glaube ich, gerne mal in dieser Folge etwas Verrücktes machen. Und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Warte mal, habe ich hier nicht schon Dings gemacht? Wie heißen sie? Obsidian. Obsidian. Reinforced Obsidian. Das ist doch so ein Ding. Genau, der macht Wizard-Proof-Blöcke. Warte mal. Das heißt, ich brauche... Oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wie war denn das gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für oben. Ein für die Spitze. Und dann, glaube ich, nochmal zwei für unten. War das so? Ich brauchte zwölf Stück, ne? Das war das gewesen. Sollte, glaube ich, funktionieren. So, pass auf. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen einfach mal so ganz krass... Äh, wo baue ich das denn auf? Warte mal. Äh, warte mal. So, ähm... Huch. Krass. So. Dann brauche ich aber noch etwas, um zu überbrücken. Warte mal. Wir brauchen nochmal ganz kurz... Dirt. Einmal dirt. Einfach nur, um bauen zu können. Und dann waren das, glaube ich, zwei. Und dann kam hier der Deckel drauf. Äh, da gibt das Geräusche von sich. Krass. Äh, die sind doch... Ja, Wizard-Proof. Alles klar. Ich bin da gerade etwas verwurrt gewesen. Äh, not really safe. So, das heißt, wenn ich jetzt hier meinen, äh, Wizard aufbaue, ne? Das Ritual des Wizards durchklatsche, äh, wäre dann die Frage, bin ich dann der Erste auf diesem Server? Ich weiß es gar nicht. Habe ich noch Soulcent? Oh, läuft. Ähm, ich nehme mal so ein bisschen mit. Komm mal her. Und dann versuchen wir, den mal zu klatschen. Warte mal. Äh, äh, oh, noch ein Stein. So, so. Und eins, zwei und... Danke. Oh, Leute, ist der süß. Der sieht ja geil aus. Wie cool ist der denn? Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht abhaut. Batsch. Erstmal voll einen an die Fresse gekriegt. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ja. Mach mir jetzt bloß nicht irgendwas kaputt, Maka. Das wäre natürlich jetzt fatal, ne? Ich möchte aber auch nur dich schlagen und hier nicht irgendwie was anderes. Hallo? Äh, ich hoffe, ich treffe den irgendwie. Ich treffe den, glaube ich, gar nicht. Blö. Alter, ist der laut. Oh, krass. Oh, krass. Wither without you. Habe ich jetzt... Oh, guck mal. Ich habe einen Netherstar gekriegt. Und einen Withering Soul. Oh, yes. Hat er mir irgendwas kaputt geschossen? Die Sau. Der kann nämlich trotzdem von da aus auch schießen. Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Das habe ich gar nicht bedacht. Okay, das heißt, ich habe hier den Wither geklatscht. Sehr nice. Ähm, Coolio. Coolio. Äh, warte mal. Warum schmeißt du den nicht weg? Bist du blöd? Was haben wir denn hier für... Donut-Zäppling. Was haben wir denn hier für... Äh... Dingenskirchens noch? Weil ich würde ja schon... Lol. Ach, ein Amor-Stand. Okay, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ein Jojo ist cool. Das machen wir gleich noch. Jojo ist eine geile Waffe. Ich meine, gut, ich habe jetzt ja... Mein Disassembler. Mein Disassembler. Der, ähm... Craft and Eat a cyclic Hard Container. Craft and Eat an Inventory Upgrade. Hallo? Warte mal. Das habe ich doch alles hier. Äh... Du kannst erst mal weg. Das lasse ich hier mal so stehen. Warte mal. Ich habe doch hier... Guck mal. Gut, ich habe es jetzt nicht gecraftet, aber... Kann ich das essen? Wow. Ich kann das essen. Und was hat mir das jetzt gebracht? Nicht wirklich was, ne? Okay, wenn ich jetzt ein Inventory Upgrade von Cyclic... Warte mal. Gibt es sowas hier? In... Inventory Upgrade. Warte mal. Da habe ich exakt ein Drittel von. Voll geil. Gut, da müsste ich angeln. Einen Keks müsste ich bauen. Einen Kuchen wäre auch nicht das Ding. Pumpkin Pie. Können wir sowas bauen? Nein, ich habe kein Pumpkin hier. Warte mal. Hier gab es doch aber... Irgendwo gab es doch mal Pumpkin. Bi-bap-Pumpkin. Hier da. Guck, 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 guck. Flocke hat doch schon was Schönes gemacht. Flocke! Dein Pumpkin. Okay, den haben wir auch. Und dann brauchten wir dafür Zucker, war das gewesen, ne? Meine ich? Pumpkin Pie und Zucker. Warte mal. Zucker. Hat da. Was machen wir denn? Können wir den nämlich auch schon einmal bauen. Sehr cool. Und dann brauche ich nur noch... Nicht mal allzu viel. Warte mal. Cookie. Oh, nö. Kann man kasten. Ohne Witz. Coca-Beans. Wo kriege ich denn die her? Ja, spinnst du. Coca-Beans. Habe ich sowas vielleicht? Natürlich nicht. Hier hast du sowas hier. Warte mal. Coca. Äh, Heini. Coca. Coa. Coa. Co. Korn. Kau. Kau. Korn. Ähm. Coca-Beans. Und zwar kommt das von einem Jungle Sapling. Und da kriegen wir Coca-Beans raus. Echt? Habe ich da nicht noch einen Jungle Sapling? Warte. 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 Jungle. Ne, habe ich nicht. Was kostet denn so ein Jungle Sapling? Der kostet bestimmt teuer. Jungle. Ein Emerald. Hallo. Den habe ich doch. M. M. Reit. Oh. Danke. Kostet ja nicht allzu viel. So, dann haben wir einen Jungle Sapling. Wobei, den könnte man bestimmt auch einfacher kriegen. Dankeschön. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Dann können wir den nämlich einmal anschingeln. Und die Frage ist dann, zum einen, habe ich den hier nicht irgendwo drin? Ich muss es wirklich mal gucken. Bacon, Dirt, Kobalt, Iron, Silvert, Petrified, Junk. Da haben wir doch. Coca-Beans. Natürlich haben wir Coca-Cola. Achso, ich habe, ah, warte mal. Ich habe hier natürlich im Falschen geschaut. Da. Guck, jetzt haben wir es. Ganz schnell gemacht. Richtig geil. Richtig nice. Einfache geht nicht. Wie hieß das Ding? Story, äh, Inventory Upgrade. So, dann machen wir das nochmal ganz fix. Dann kannst du nämlich mehr mit dir rumschleppen. Inventory. So, dann haben wir hier den Keks nämlich auch schon. Sehr cool. So. Dann brauchen wir gar nicht mehr allzu viel. Warte mal, kriegen wir das vielleicht noch voll? Eine Ender-Chist? Da fehlt uns ein Ender-Auge. Nein. So, warte mal. Ähm, 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 ähm. Eine Lohnroute. Oder ein Blazerot. Um es mal genau auszudrücken. Nehmen wir natürlich auch noch mit. So, und zack. Und zack. Fertig. Haben wir auch schon die olle Kiste. Dann brauchen wir noch einen Kuchen. Den Kuchen bin ich ja ganz ehrlich. Den nehme ich mir einfach mal hier unten aus meiner Mobfarm. Denn dafür haben wir ja soweit. Ähm, brrrt. Ich nehme die mal alle mit hier, die Torten. So, danke. Ist immer schön, so einen fleißigen Bäcker im Haus zu haben. Dann hast du nämlich immer frisches Essen. So. Das hätten wir auch. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht. Hä? Ich hab den doch reingepackt. Ist wie verarschen? Hä? Wo ist der hin? Aber das war doch ein Cake. Happy Birthday. Ach, du grüne Neune. Du ahnst es nicht. Das Ding heißt jetzt anders. Dadurch hat es eine andere ID bekommen. Ich fress einen Besen. Leute, 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 Leute. Ich fress einen Besen. Also, wir brauchen, äh, Buckets, ne? Bucket. Bucket. Zwei, dreimal. Dreimal Bucket. Dann müssen wir uns mal gucken, wo ist denn die dusselige Kuh hin? Hallo, Kuh. Dein Ernst? Wo sind die Kühe hin? Junge, die Kühe sind weg. Lisbeth, die Kühe. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten ja so schön viele Kühe. Alle weg. Finde ich jetzt nicht schön. Absolut nicht. Huch. Pass auf. Irgendwo wird es eine Kuh geben. Und die melken wir jetzt. Die alte Sau. Warte mal. Wir gucken einfach mal. Äh, Kuh. Ich such ne Kuh. Muuu. Mann, Schaf, aber die falsche Kuh. Muuu. Genau. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Zack. So, komm mit. Du Gerippe. Komm mit. Ich geb dir was. Was tolles. Verträgst du dich mit Eisbären? Oder gibt er Schläge? Wir werden es sehen. Nun denn. Wir werden es sehen. So, das haben wir auch. Äh, was war das noch? Zucker. Zucker. Eins, zwei. Haben wir noch zweimal zwei. Weil, Kuchen muss ja auch süß sein, ne? Hä? Hä? Bin ich jetzt blöd? Milch. Warum ziehst du denn noch nicht alles rein, du Nase? Alter, Falter. So, jetzt haben wir ja, äh, außer dem Fisch und der kaputten Kartoffel. Haben wir doch irgendwo ne kaputte Kartoffel, Mann. Ich hab die immer alle weggeschmissen. So doof. So doof. Und mit großer Sicherheit kriege ich jetzt auf die schnelle natürlich keine mal raus. Die sind natürlich alle sauber und ordentlich und nicht vergammelt, natürlich. Och, Mann. Warum kann ich die nicht gleich kriegen? Ist vielleicht unten eine drin in der Falle? Uh. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, ne? Wo man da irgendwas machen kann. Und wir haben nur normale Kartoffeln. Och, nein. Och, nein. Kann man die auch so herstellen? Mit Natureszenzen, natürlich. Ähm. Verdammt. Äh. Ja, gut. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Mein Oh. Hätte ja klappern können. Und die kannst du ja wirklich nirgendwo anders herstellen? Och, nein. Und ein Fisch. Den musst du wahrscheinlich angeln, ne? Ressources Fischer. Fischer, Fischer. Aber den könnte man ja eventuell... Oh. Oh. Der ist ja gar nicht so teuer, Mutti. Dann machen wir den doch mal, Mutti. Was fehlt uns noch? Iron Gears, ne? Zwei Stück. Haben wir auch. Dann haben wir hier schon unseren... Höh. Warte, 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 warte. Fischer. Da. Zack. Der ist ja gar nicht so teuer, Mutti. Dann fisch doch mal. Kannst du... Muss ich den nach unten setzen? Wahrscheinlich, ne? Ach, den baue ich da einfach nur so hin. Ja, nice. Pretty nice, ey. Das heißt, ich setze den einfach hier wahrscheinlich irgendwo in die Mitte rein. So. Und dann klatsche ich das Ding da einfach drauf. Nehmen den Block wieder weg. Dann brauchen wir eigentlich nur noch mal so weit. Ihr schreibt mir, ich solle mir mein eigenes Fluxnextwerk bauen. Einfach meinen eigenen da dran klatschen. Würde ich machen. Aber ich würde auch gerne vorher noch mit Baloui sprechen. Alter. Ey, Glücksgriff, ne? Gleich der erste. Ohne Witz. Einzige, was ich noch bräuchte, wäre tatsächlich dann ein ganz saloppen... Eine ganz saloppe kaputte Katpuffel. Wenn ich jetzt... Warte mal. Wenn ich jetzt hier mir einfach mal raussuche... Äh, äh, Bohnen. Okay. Äh, warte. Kriegen wir das so raus? Nein, war so nicht. Dann so. Das ist natürlich ein Block aufbauen, ne? Warte mal, kann ich den klein machen? Oh ja, kann ich klein machen. Dann kriegt der gleich Bohnen mehr raus. Nice. Dann nehmen wir doch mal ein ganzes Stack. Und dann übertreiben wir es einfach mal. Wir eskalieren mal volle Kanone. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was uns weiterhilft. Ähm. Ich hoffe, wir kriegen das da raus. Nicht, dass wir wirklich erst irgendeine Essenz oder sowas machen müssen. Das wäre jetzt echt doof. Wir kriegen wirklich nur normale Kartoffeln raus. Nein. Ich möchte aber gerne eine kaputte Kartoffel haben. Wahrscheinlich siebe ich jetzt eine Stunde lang. und kriege keine kaputte Kartoffel raus. Nur heile. Alter. Das ist jetzt fatal. Verdammt. Das heißt, ich muss kurz warten, bis ich so eine Kartoffel bekomme. Von wo auch immer her. Bis zum nächsten Mal.